Musik Diesen Martinet wurde durch den musikalischen David und zweier Meisterkursschüler untermahnt. Musik Stattdessen haben wir uns in diesem Kreis der eben genannten, der Beteiligten, zusammengesetzt und entschlossen, einen kleinen Geburtstagsempfang zu geben, nette Gäste einzuladen dazu, zwei interessante Ausstellungen zu zeigen, gute, aufgeschlossene Gespräche zu führen und das alles in dieser aufgelockerten Atmosphäre unseres schönen Bürgeramtes. Zum einen finden Sie im hinteren Teil die Stellbandausstellung. Die Stellbandausstellung, zwar betitelt, die Familie Hirschfeld, eine Fotodokumentation zur Erinnerung an Lebensgeschichten von Mitbürgern jüdischen Glaubens aus Lehrte. Dieses ist eine Ausstellung, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums hier in Lehrte im Jahre 2000-2001 unter der Leitung ihrer Religionslehrerin Frau Maria Stein gemacht und angefertigt hat. Wie komme ich dazu? Es hat ja zwei, ich habe mich zweimal damit beschäftigt. Einmal 1996, da bin ich dazu gekommen, weil die Bundeszentrale Wettbewerb ausgeschrieben hat, und ich gedacht habe, Mensch, wo ist Hirschfeldforum, jüdisches Leben, sollte die Zeit des Nationalsozialismus sein, das muss ich machen. Und die vier, fünf Schüler, die dort mitgearbeitet haben, die haben auch gesagt, das ist eine spannende Sache, machen wir einfach mal, tragen wir mal zusammen. Und dann haben wir, ja, als Endergebnis einfach den Aufsatz gehabt, den eigentlich vielleicht in der Toilette leutet, gelesen. Und dann habe ich gesagt, Leute, da ist ein Aufsatz, nehmen wir den Aufsatz, der ist gut, aber wollen wir nicht noch ein bisschen mehr drum herumforschen, wollen wir nicht auch noch Bilder suchen, wollen wir nicht noch ein bisschen mehr dazu machen. Und nach ein paar Wochen, als dann so richtig losging, also als wir erstmal versucht haben, das, was schon da war, einfach anzugucken, ging es dann umgekehrt, da hörte ich dann, Nachkauen gibt es nicht. Nachkauen heißt, die anderen haben gearbeitet, wir wollen auch was tun. Und da war irgendwo die Entscheidung gefällt, wir machen Arbeitsgruppen, wir machen verschiedene Unterteile, jetzt geht es zur Sache, und da geht es los. Von daher war ich zwar die vertreibende Kraft, aber das, was da jetzt fertig ist, das war die Schülerin und Schüler. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben diese, oder ich habe mir diese Ausstellung schon seinerzeit angesehen, als sie im Gymnasium selbst ausgestellt war, zu sehen war, und sie ist höchst interessant. Und noch dazu vor dem Hintergrund einer Projektarbeit junger Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, sie ist hochwertig und durchaus sehenswert und interessant. Ja, ich mache es nicht in meiner Arbeit, das ist mein Beruf, denke ich, ist das, was auch einige Schülerinnen und Schüler und Schüler mir da herein signalisiert haben, dass wir viel mehr Zeit füreinander gehabt haben. Dass auf der einen Seite zwar jeder immer etwas wollte, aber dass wir viel mehr Zeit füreinander gehabt haben, zu gucken, was kann ich, was kann ich arbeiten, wie können wir uns gegenseitig korrigieren und kritisieren. Und das ist manchmal mit 32 vorne ganz schön schwer. Also jeden Einzelnen in seinem Lerntempo, in seinem Arbeitstempo und in seinen Interessen zu berücksichtigen, das kann man tatsächlich nicht. Und das ist für mich eine ganz positive Erfahrung. Und ich weiß, dass man da sparsam mit umgehen sollte, weil das nicht täglich in den 23,5 Stunden da noch mehr, die wir unterrichten können. Aber es ist ein Luxus, der nötig ist. Und mit dem Schüler hat sie nicht ganz das erreicht, wenn wir das nicht so als überraschtes Ziel haben. Eine Vitrinenausstellung, die nämlich höchst kostbare Exponate enthält. Unter anderem so wichtige Dinge wie den Originalschriftwechsel, den du, lieber Rolf, seinerzeit geführt hast, mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern, die zusammengearbeitet haben. Mit Kurt Hirschfeld. Hier finden Sie heute in den Vitrinen die Originale. Zu Anfang war es häufig auch frustrierend, wenn man dann wieder ein... Der Grund für meine Bemühungen war, ja, was ist Kurt Hirschfeld? Wenn aber lebendige Zeitzeugen die Bedeutung dieses Mannes würdigen konnten und das zudem noch Leute sind, die auch der normale Bürger kennt, dann habe ich eine ganze Menge gewonnen. So habe ich unter anderem als einen der Ersten, die Älteren kennen ihn noch, den berühmten Kommissar Tribbel aus dem Tagoutkrimis angeschrieben und kriegte von seiner Witwe 14 Tage später die Todesanzeige. Ich glaube, wir haben versucht, deutlich zu machen, dass es sich lohnt, sich mit der Familie, aber auch mit Kurt Hirschfeld als Künstler, als Theatermann zu befassen. Und wenn man es dann getan hat, dass man es auch begeistert. Und wenn man es dann auch begeistert, dann kann man es auch begeistert.